Im 20. Türchen des Adventskalenders geht es um ein weiteres Bussystem, was es heute in dieser Form nicht mehr gibt. Böse Zungen behaupten ich zum Beispiel, das ist auch gut so. Und zwar den Firewire-Bus. Mitte, Ende der 80er Jahre hat sich Apple auf die Suche nach einem neuen seriellen Bussystem gemacht, um viele Anwendungen mit dem gleichen Stecker anbinden zu können. Kurzer Hinweis, USB gab es damals noch nicht und eigentlich hatte alles seinen eigenen Anschluss. Also die Tastatur, die Soundkarte, der Joystick. Ihr erinnert euch, da gab es eine ganze Palette an verschiedenen Stecksystemen. Und Firewire war einer der Kandidaten, der das alles vereinheitlichen hätte sollen. Wenn man sich den Stecksockel einmal anschaut, da gab es verschiedene Formen. Einmal die Mini-Form und einmal die große Form. Dann erinnern die schon relativ stark an einen USB-Port, sind aber innen drin etwas anders aufgebaut. Das heißt, wir haben jeweils einen doppelseitig innenliegenden Kontakt und nicht wie bei USB die Kontakte auf einer Seite liegen. Mittlerweile jetzt mit USB 3.0, irgendwas in der x-ten Generation. Und USB-C ist jetzt auch wieder erübrigt, aber früher war das ein Alleinstellungsmerkmal. Der Bus kam dann erst mit vielen Jahren Verzögerung überhaupt auf den Markt. Erst fast zehn Jahre später, also kurz vor der 2000er Wende. und wurde vor allem in, man kann sagen, zwei Produktkategorien eingesetzt. Zum einen bei Mini-DV-Rekordern und zum anderen bei Apple-Computern. Und ich muss sagen, das klingt vielleicht ein bisschen sehr gehässig, aber damals haben sich mit Sony und mit Apple wirklich die zwei Richtigen getroffen. Ich glaube, Sony ist ja bis heute dafür bekannt, dass man stets eigentlich gute, aber zum Rest der Welt inkompatible Lösungen auf den Markt bringt. Man denkt auch zum Beispiel dazu etwas später, HD, DVD und Blu-Ray, auch wieder die Eigenentwicklung oder die zig Audio-Formate, die Sony schon alle auf den Markt gebracht hat. Und eigentlich eine Firma, die vor allem mit Inkompatibilität ihren Weg beschreitet. Und auf der anderen Seite Apple, die immer darauf bemüht sind, ihr eigenes Ökosystem zu schützen und möglichst immer Sonderlösungen zu finden. FireWire war zwar in der Theorie sogar nominal langsamer, es hatte 400 Mbit-Übertragungsrate, während USB 2.0 480 Mbit hatte. Aber in der Praxis bricht die Geschwindigkeit von USB meistens deutlich darunter ein, während FireWire seine etwas höhere Übertragungsrate halten konnte. Und deswegen war es eben gerade prädestiniert für diese damals großen Datenmengen aus diesen DV-Kameras auf den Computer zu übertragen oder halt auch eben in der Ton- und Videotechnik als serieller Bus dann auch die notwendige Echtzeitfähigkeit mit sich zu bringen. Ja, in Heimcomputern abseits der Apple-Welt hat sich FireWire, kann man sagen, eigentlich nicht wirklich bis überhaupt gar nicht durchgesetzt. Es gab dann natürlich später diese obligatorischen Nachrüstkarten, wie diese hier, also eine einfache PCI-Karte, die man dann in den Rechner stecken konnte, um die FireWire-Funktionalität nachzurüsten. Aber das Ganze hat sich eigentlich als Irrläufer erwiesen. Apple hat dann ab einem gewissen Punkt wohl auch relativ hohe Lizenzgebühren erhoben, wie ich gelesen habe, und damit war dann der Bus endgültig tot. Ich glaube, bis 2003, 2004 wurden die noch in diese Mac Pros mit eingebaut, vorne unter der Blende. Benutzt hat die vermutlich nur noch irgendjemand, der so eine alte Kamera hatte. Und ansonsten wurden sie dann Schritt für Schritt von USB weiter verdrängt, zum einen wegen der Lizenzgebühren und zum anderen, weil es einfach inkompatibel zum Rest der Welt war. Kleiner Funfact hier am Rande. Das ist ja hier schon mehrfach vorgekommen. Hier haben die Firma VIA und hier seht ihr jetzt auch einmal das etwas neuere Firmen-Logo. Die haben sich halt neben dem CPU-Geschäft auch viel einfach mit Chipsätzen und mit Produkten für andere Firmen beschäftigt, zum Beispiel jetzt hier diesen PCI zu FireWire-Chipsatz. Insgesamt lässt sich sagen, FireWire ist ein Bussystem, das durch zu lange Entwicklungszeit zu spät auf den Markt kam, später zu teuer war und sich deshalb überhaupt nicht durchgesetzt hat. Und ich würde sagen, ist es auch einfach gut so. Mit USB gab es vor allem, wie es noch nur USB 2.0 gab, vollkommene Kompatibilität, man konnte alles überall anschließen und es gab nicht diesen Stress, den man heute noch mit manchen Smartphones hat. Da passt nur der eine Ladestecker und hier passt nur der andere. In diesem Sinne, sehen wir uns morgen wieder.